Auf die Plätze. Fertig. Bitte aufstehen. Bitte aufstehen. Bitte aufstehen, beim 3. Zweiter Startversuch. Auf die Bette. Feuchtig. Achten Sie auf die Bahn 3. Da ist eine Olympiasiegerin mit dabei heute beim Meeting der krummen Strecken. Über diese Leistungsklassen hatte ich Ihnen einiges erzählt. Die Athleten haben leichte, koordinative Schwierigkeiten. Die Athletin auf der Wand 5. Eine Sehschwäche. Aber auch diese Athleten hier haben eine Bühne in Blitzhausen. Halbzeit jetzt über die Stadionrunde. Und jetzt kommen Sie auf die Zielgerade. Sonja Masur, bereits Siegerin heute für Unterträger. Das Ziel darf etwa 3. Die Zielgerade, die guten aber auch für die beiden Lassbäderin. Geht es noch, eine starke Zeit zu laufen? Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020